hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen infovideo bezüglich der hofbergmann im ls 19 mit dabei ist wieder der kevin hallo kevin hallo katrin hallo chat people hallo mörfee hallo pitchers ich wollte gerade sagen vergiss ja die nicht nein 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 gut ja wie versprochen hier kleine zusammenfassung vom letzten livestream bezüglich der letzten neuerungen und änderungen auf der hofbergmann in der version 1004 aber bevor wir anfangen die allerwichtigsten fragen zuerst es sind mittlerweile schon vier stück jawohl frage nummer eins wann wird die version veröffentlicht man sie fertig ist genau wir können euch da wirklich nichts anders sagen wir haben keine ahnung es ist nach wie vor so dass es einfach keinen sinn macht irgendwie ein ungefähres datum zu sagen weil wir zum einen nicht wissen was an dir so spontan einbauen will zum anderen wissen wir nicht was sich oder was an die an den bestehenden sachen jetzt noch mal ändern von daher müsst ihr halt einfach weiterhin geduld haben wir halten euch ja mit kleinen info videos und den live streams auf dem laufenden soweit es uns möglich ist so brauchen wir einen neuen spielstand jawohl ja ist zwingend erforderlich da ohne diskussion so frage nummer drei wird diese version dann seasons kompatibel sein ja wird sie genau so weit als möglich natürlich und die frage nummer vier ist die karte dann mit dem global company script kompatibel ja sollte sie das gibt ja jetzt schon selber ganz genau das gibt auch dann ja also wie gesagt bei ein paar produktionen ist es gibt ja schon verbaut wird also dann definitiv auf der version 1004 laufen so nachdem wir das abgearbeitet haben würde ich sagen kommen wir zu den neuerungen ihr seht wir sind hier ja inmitten von obstbäumen ja ist eine von den neuigkeiten wir haben jetzt äpfel und birne dazu bekommen und zwar in form einer obstbaumwiese man muss dazu sagen diese bäume tragen nur nachdem es geregnet hat also vorher nicht und ihr müsst das land natürlich besitzen die obstbaumwiese gehört mit zu diesem stück hier das ist also der schaf und ziegenstall das ist hier der auslauf von den tiere und hier dran schließt sich diese obstbaumwiese eben an wenn ihr versucht obst zu klauen da kann ich euch schon gleich sagen den weg könnt ihr euch sparen weil wenn ihr das gelände nicht besitzt dann tauchen auch keine früchte an den bäumen auf wenn es geregnet hat ja so bei uns hat es geregnet bzw wir haben es regnen lassen weil es regnet ja im ls 19 doch schon sehr selten ja das ist leider so ein problem so ihr seht ja ein bisschen haben wir schon gesammelt das werden jetzt zwei äpfelkisten bisher war es so dass wir von einem vollen baum zwei kisten runter gebracht haben dann ist der baum leer sodass in birnen jetzt zeige ich euch das einfach mal an wo gut ich hänge fest wo gehen wir denn hin da da waren wir schon die bürger haben auch schon abgeräumt gehen wir einfach mal dahin so ernten funktioniert folgendermaßen die kiste kriegt ihr im shop ich zeige euch auch gleich wo mit der kiste einfach an den baum dran laufen und ihr seht schon im hilfefenster mit taste r befüllung starten genau und dem multiplayer sei darauf hingewiesen bitte dass das immer nur ein spieler pro baum macht genau das für den anderen spieler ab das ist nicht so schön dann also das macht dann keinen sinn pro baum ein spieler einer kann ja dann entweder die vollen kisten weg tragen oder halt dann einfach einen anderen baum dran gehen so ja und da seht ihr jetzt schon ach so falls ihr euch über den ton wundert das wird mit sicherheit auch noch anders gemacht also der komische sound genau der sound bleibt dann nicht so kisten gehen wir im shop wie gesagt da gehen wir einfach shop objekte kisten und da haben wir sie schon obst kiste befüllbar kostet 50 euro und wieder unten steht kiste wird für die obst lernte benötigt hierbei handelt es sich um eine mehrweg kiste also keine panik einmal müsste die kiste noch kaufen und dann bleibt sie auch bei euch verkaufen können wir die obst kisten entweder in unserem eigenen hofladen oder halt im gasthaus hofladen wisst ihr ja einfach dann drauf stellen auf die regale oder vorne auf die verkaufstische wird ab 19 uhr verkauft oder eben beim gasthaus da tragt das einfach in den verkaufsträger dann werden die kisten geleert und ihr könnt sie wieder mitnehmen genau ja ich denke das ach so halt platzierbar gibt es die obst bäume natürlich auch bevor ich das vergesse zu wenig sein sollte also kann man sich noch mehr platzieren und noch mehr arbeit machen ja genau also ihr könnt euch da theoretisch die ganze wiese noch voll pflastern damit hier unter platzierbare objekte im shop obst bäume ja und da seht ihr schon die sind nicht ganz billig apfelbaum und birnbaum kosten jeweils 1000 euro ist so okay das hätten wir dann dann würde ich sagen schmeißen wir uns mal richtung ort genauer gesagt zu ifcos metzgerei ja so da gehen wir jetzt nicht rein da hat sich noch nichts getan sehr viel getan hat sich hier hinten jawohl ja so und da seht ihr schon ja kevin hat jetzt ein eigenes fahrzeug bekommen natürlich auch schon mit bild und schriftzug und so weiter also ja es am kühltransporter ihr seht um die qualität zu gewährleisten ja ich sehe es auch mit dem fleischbeil bei den streams so hier auf dem bild also das 1 zu 1 ja so kennt man dich da so sehr viel gemacht und das habe ich auch nicht geschickt ja ja damit das ganze auch richtig authentisch wird ja natürlich ja so bei dem sprinter ist zu beachten der ist dabei den müsst ihr also nicht kaufen aber der gehört euch auch nicht das heißt ihr könnten auch nicht verkaufen beim mapstart oder bei spielstart für mehr steht der sprinter hier bei der metzgerei wohin gehört mit dem verhält sich so wie mit dem stapler bei der getreidemühle oder beim fahrzeughändler ihr könnt benutzen ihr könnt aber nicht verkaufen man kann auch so nicht rein switchen weil er ja nicht auftaucht bei euch in der garage klar ist ja nicht euer eigentum genau so dann gehen wir jetzt mal hier rein weil kevin sei metzgerei ja servus hat hier kleine schlachterei mit dabei ja haben wir auch schon sehr fleißig produziert hier da ist schon einiges da ihr seht ist auch schon beschriftet ja also schweinefleisch haben wir hier geflügel was steht darum rindfleisch da muss man dazu sagen ist ausschließlich kalbfleisch das zeigen wir euch aber auch noch gleich das wird rundum schön umbenannt also wie gesagt sozial ist noch nicht final ja ganz genau das rindfleisch ist schon leicht verwirrend also das werden wir noch darauf ansprechen dass er das kalbfleisch daraus macht auf jeden fall also hier wird sich denke ich schon ein bisschen was was die beschriftung angeht auf jeden fall ändern so wenn das hier in betrieb geht also sprich wenn tiere angeliefert werden und die hier geschlachtet und verarbeitet werden dann ja die säge ist animiert läuft an die ist auch sehr laut wie halt mal so säge ist aber sonst passiert hier gar nichts also das schwein fährt dann über die säge drüber und sonst auch nichts es dreht sich die säge und das war's was ich gerade so ich hoffe ich hoffe es kommt kein hygieneramt vorbei wenn hier der boden voll blut und so ist ich weiß ob das gut ankommt ja ach also so mitten im betrieb kann das schon mal passieren so dann gehen wir jetzt mal zu diesem netten herrn hier und ihr seht schon wenn ich jetzt da hinlaufen mit taste r öffne übersichtsmenü das machen wir auch und hier ist es auch noch mal beschrieben mitzgei können tiere abgeliefert werden je nach tierart können verschiedene fleischsorten produziert werden und da steht es auch in der beschreibung rindfleisch produktion ist die verarbeitung von kälbern schweinefleisch produktion verarbeitung von schweinen und zuchtschweinen geflügelfleisch produktion ist die verarbeitung von hühnen und enten und schaffleisch produktion ziegen und schafe so wenn man sich das jetzt aber nicht durchgelesen hat und klickt hier auf rindfleisch produktion und versucht dann ganz normale kühe anzuliefern wird man feststellen dass das nicht funktioniert weil die nicht angenommen werden rindfleisch produktion ist ausschließlich nur kalbfleisch was anders wird hier nicht angenommen und das war eben das was kevin vorher schon gesagt hat da müssen wir gucken dass annie das vielleicht ja ein bisschen genauer kennzeichnet einfach hier aus rindfleisch vielleicht kalbfleisch produktion macht oder sowas ja uns ist im letzten stream auch so gegangen wo man die karte neu gekriegt haben wir haben also fleißig auch die normalen kühe und die bramas also diese buckekühe hingefahren und konnten sie dann wieder zurück bringen zum händler ja so bei der schweinefleisch produktion seht ihr schon klar die schweine am hofer genommen und natürlich auch die zuchtschweine in dieser separaten schweine zuchtanlage beim geflügelfleisch da bitte nicht verwirren lassen es wird beides angenommen also hühner und enten genauso beim schaffleisch da ist es also egal ob ihr schafe anliefert oder ziegen es wird alles zu schaffleisch hier so und bei uns ist es jetzt so dass zum teil wenn es rot ist und hier ist die produktion deaktiviert dann aus diesem grund weil hier der platz einfach voll ist ja da müssen wir jetzt hingehen so ich tue jetzt einfach mal sehr hygienisch schmeiße ich das schaffleisch einfach in den hof so und da seht ihr schon säge ist an das heißt hier wird jetzt weitergearbeitet ja da geht es auch schon los da wird schon wieder fleißig schaffleisch produziert da muss man natürlich dahinter sein mein gott entschuldigung kevin ich ja was passiert das wäre mir jetzt arg alles gut ja wie gesagt da muss man ein bisschen dahinter sein bei der produktion wenn man so macht wie es wir gemacht haben wir haben einfach mal zum testen alle tiersorten hier angeliefert und haben das voll gemacht also da wird schon ganz gut fleisch produziert da müsste dann schon dabei bleiben und dahinter sein weil ihr habt ja gesehen die produktion stoppt halt dann ja wenn voll dann voll so und die schmeißen wir hier ihr könnt die kisten natürlich rumfahren womit ihr möchte geld ist es ganz euch überlassen ich werde auch nicht kann mich oder irgendwas da passiert gar nichts sie könnte auch lagern bis ultimo und es trotzdem als frisch verkaufen weil da sind sie auch nicht gekümmt und am tisch liegen dann werden sie auch gesteckt das eben ja verkauft werden sie da brauchen eigentlich bloß immer gucken in der preisübersicht fleischprodukte nur beim hofladen so da sehen wir es ja also kalt fleisch in dem fall schwein geflügel und scharf schrägstrich ziege und da seht ihr eben nur beim hofladen da können wir mal kurz rein gehen weil er hat an die ja einen zusätzlichen tisch mit hingestellt ja schnell zum hof springen da gibt es nämlich noch zwei weitere sachen die man euch gern zeigen würden die auch neu sind aber jetzt rennen wir erstmal in den hofladen rein so da sind zwei weitere verkaufstische dazu kommen ja ich meine es sind jetzt mehr produkte da braucht man natürlich auch mehr platz aber es gilt auch hier ist es völlig wurscht wo ihr jetzt das fleisch hinstellt oder wo ihr die obstkisten hinstellt das spielt keine rolle das könnt ihr also machen wie ihr lustig seid solange es innerhalb von den triggern ist wird es auch verkauft wie die markierungen sind da könnte es auch boden hinstellen also da könnte es auch stapeln bis an decke wie ihr möchtet so dann haben wir hier diesen blauen behälter der ist auch neu das ist ein wassertank wird automatisch befüllt wenn es regnet zu finden im shop hier unter diverses so regenwassertank und da steht es auch noch mal dieser tank dient zum sammeln von regenwasser befüllung erfolgt automatisch bei regeln das wasser kann mit einem tank anhänger entnommen werden ist einfach ein kleiner zusatz wenn ihr wasser sammeln möchtet und möchtet euch jetzt nicht irgendwie bei der schweinezucht zum beispiel oben irgendwie so ein bescheißerchen silo hinstellen oder keine ahnung so ein ackerschacht wo man wasser rausnehmen kann dann kann man das hinstellen macht das ganze natürlich auch ein bisschen realistischer so als ja zusatz wassertank im prinzip zusätzlicher wasserspeicher oben sieht man dann auch ob was drin ist oder nicht genau bei uns müsste eigentlich theoretisch noch was drin sein der sollte voll sein ja so sieht das ganze aus wenn es geregnet hat da ist natürlich voll so und dann können wir hier gleich weiter laufen das wäre nämlich das nächste das ist ja hier die garage die man kaufen muss also dieser zusatzparkplatz im prinzip ja und dann haben wir hier jetzt noch mal eine scheune dazu bekommen um schöne scheune ja sehr schön und sehr groß vor allem auch da könnt ihr also alles mögliche rein stellen wenn ihr euch daran erinnert wir haben ja auch bei der 104 dünger produktionen dazu bekommen ich kann euch die nummer schnell im shop zeigen ist ja alles platzierbar hier unter produktionsgeräte kompostmaster dazu das könnte man alles im prinzip auch hier unterbringen wenn man gar nicht weiß wohin damit oder halt eben größere maschinen lkw schneidwerk vom vom mähtrescher und so weiter bahnlagen möchte oder paletten oder wasser immer ganz genau und soweit ich weiß muss man das nicht kaufen hier jetzt lass mich noch mal gucken nein haben wir nicht gekauft das könnte also so benutzen so als ja liegt natürlich auch drin ganz klar so als zusatz unterstand so und dann gehen wir hoch das haben sich ja sehr viele gewünscht ab werden sich wahrscheinlich auch sehr sehr viel freuen drüber gehen wir mal hoch zu die zum gemüse anbau ja ich glaube auf den ersten blick noch nicht ganz so spektakulär aber an die hat die komplett umgebaut ja wir haben wieder kisten und da seht ihr schon da haben wir hier verschiedene sorten an kisten ja das da muss man auch aufpassen was man in der hand hat dann ja ja weil wir haben drei verschiedene sorten an gemüse und zwar haben wir einmal salat tomaten und rote paprika wobei wenn man jetzt ganz erpingelig ist ist ja tomate eigentlich kein gemüse aber ist ja egal ich wollte es ja nur mal ist es spielt keine rolle im shop ihr habt es gesehen und objekte und kisten haben wir hier zum einen eine gemüsekiste und einen gemüsekarton und wenn ich jetzt auf diese gemüsekiste klicke dann haben wir hier die möglichkeit zu sagen soll da salat rein oder sollen tomaten beziehungsweise paprika rein wir haben es jetzt so gemacht zum testen wir haben uns halt die kisten für salat haben grün gefärbt und die für tomaten und paprika rot dass man auch wissen was wo reinkommt wie ihr euch die kisten färbt ist egal ihr seht wir haben hier die komplette farbpalette zur auswahl ja genau und auch hier natürlich wieder es steht ja immer dabei ist in mehrweg kisten genauso mehrweg karton wird also auch nicht verkauft da braucht ihr keine angst habe dass dann jedes mal der karton verschwindet und euch da zehn euro vom gewinn flöten gehe alles mehr weg so ja und hier beim karton natürlich nichts einzustellen der ist einfach nur hübsch bedruckt und was reinkommt steht ja hier in den karton kommt also kein salat sondern nur tomaten oder rote paprika so sieht man auch da auf der seite frisch vegetables ja das klingt lecker irgendwie ja ich weiß nicht nicht fleisch 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 ist dein gemüse ja so jetzt gehen wir einfach mal rein also gefüllt werden die gewächshäuse muss ja vielleicht vorher noch zeigen natürlich hinten entweder mit kompost oder mist wird beides angenommen hier und es muss natürlich hier wasser in der tank ganz klar genau beim salat kommen noch die setzlings paletten dazu die brauchen wir bei tomaten und bei die paprika nicht so auf setzlings paletten da hätten wir hier jetzt schon mal eine palette sind 200 stück die reichen für ein gewächshaus genau so da müsste auch keine angst sagen es bleibt keine leere paletten übrig die verschwindet mit ja und da haben wir sie setzlings paletten salat kostet hier 200 euro pro setzling ein euro haben wir hier schon aufgefüllt dann gehen wir jetzt mal rein und auch hier das gleiche prinzip wie bei die obstbäume vorher auch befüllung starten ihr seht es mit taste r und der sound ist natürlich also auch nicht final genau so wenn jetzt da mal guckt habt ihr das gesehen da verschwinden die salatköpfe natürlich auch geld genau da sind jetzt hier auf der seite ich meine ich kann nicht eine jetzt befüllen wir haben hier übrigens auch noch wenn man daran läuft an das panel haben wir noch mal die anzeige was alles drin ist also ihr seht schon mist kompost wasser und so weiter kopf salat ist jetzt so 92 prozent drin haben wir noch nicht viel rausgenommen produktionsmenü können wir auch noch öffnen da habt ihr die ganzen angaben auch noch mal separat genau ja so wenn ich jetzt taste r drücke sieht man wie auf der seite da drüben die genau kopf salat verschwinden ja nach zufallsprinzip aber ich weiß nicht nach wo sich das richtet aber ich glaube auch ja und ich weiß nicht wieviel köpfe gehen da jetzt rein 15? ich glaube 15 waren es ne? also ich meine ja ja also 15 salatköpfe und 200 sind da drin jetzt könnt ihr euch auch ausrechnen wieviel kisten das ihr braucht ja also nur mal schauen dass es ein kleines äh und wenn ihr jetzt so wie wir alle vier salaträuter voll habt dann viel schmerz ja jetzt muss ich wirklich so oh ich lege die da hin ist immer so blöd so umzudrehen finde ich ja ja gut mit maus ja ich wollte das mit oh Gott ja ich bin eingestiegen ich wollte das mit dem controller da gehts bisschen besser auch nicht perfekt aber so dann laufen wir mal weiter hier haben wir als erstes die gewächshaus rote paprika gleiches prinzip befüllung ist gleich nur dass man hier halt eben keine setzlingspalette braucht hier braucht man nur wasser mist oder kompost ja ist wenn jetzt auch sehr schwer werden das wird dann auch nicht so bleiben in der finalen version mit der kiste ja seht ihr jetzt gleich wenn ich jetzt auf r drücke so pass auf die drücke jetzt auf den boden runter ja weil die so unheimlich schwer sind ja das ist so viele vitamine da drin ja ja das wiegt schon so ja auch hier dasselbe wie bei den obstbäumen da sollte immer nur einer machen pro gewächshaus sonst hebelt man wieder den anderen aus und das glaube ich nicht dass das er will so gleiches prinzip hier wie ist das eigentlich mit der ich wollte unseren zuschauer jetzt noch die figur zeige da drinnen beim salat aber irgendwie äh ja dazu warte mal wir haben noch die setzlingspalette jetzt müsste ich warte ich fahre wieder rein dass wieder neue setzlinge drin sind das hat der andy nämlich sehr schön gemacht das wollte ich euch jetzt zeigen wo haben wir rausgenommen hier gell wasser wasser ist ja noch drin oder wasser ist alles noch drin meine ich oder es war irgendwas leer nein es ist alles noch da ok dann sollte das wenn ich das hinbekomme hier ich bin leicht nervös also ihr seht schon da muss man sowieso das muss man alles noch mehr testen weil jetzt haben wir hier ja zwei kisten an kopfsalat rausgenommen mist und kompost stehen aber trotzdem noch auf 100 prozent wasser nur noch bei 85 prozent also da muss man gucken wie es mit dem verbrauch ist ob man das vielleicht noch ein bisschen fein justieren muss und so weiter das dauert alles natürlich hat mehr platz bei dem gewächshaus da hat mehr platz ok dann gucke ich ob da alles noch drin ist aber sollte das haben wir auch natürlich getestet das gewächshaus ist jetzt nicht leer wir machen die palette rein wir wissen jetzt selber nicht was passiert also das ist hier live testing extra für euch na guck mal jetzt ist aber die ganze palette weg das soll hat nicht eben sein nein das ist jetzt eben ja jetzt haben wir ein bisschen verlust gemacht ok das soll ja aber jetzt geht die animation los da sollte auch die dame kommen das diesblatt da hinten geht jetzt auch an ja ja nicht mehr schwarz und ja gut du siehst die ganze palette verschwunden ist da ist sie schon ich weiß nicht was sie macht jetzt die da schnecken rein oder was ich hab keine ahnung ich weiß nicht vielleicht streichelt sie der salatkopf und redet ihm gut zu wachs wachs es ist alles gut ist wirklich keine so braver ja so feiner ja bist du ein rüde naja auf jeden fall ist das schön animiert finde ich das hat mir sehr gut gefallen das wollte ich euch deswegen jetzt auch nochmal extra zeigen ja und ja mit den setzlings paletten da müssen wir gucken ob man das irgendwie begrenzen kann weil das ist natürlich blöd wenn da jemand im eifer überall nachfüllt und wundert sich dann wieso die 200 setzlinge komplett verschwunden sind oder es wachsen jetzt überall nochmal welche nacht wäre auch interessant weil es kann sein dass das von global company auch ein bisschen von dem mod ich weiß aber nicht ob der sich das gemerkt hat weil überfühlen kannst ja nicht ja normal nicht ne also ich glaube auch nicht dass da nochmal so spiele sind aber ja also wie ihr seht das sind eben alles nur so sachen wo man ein bisschen drüber hier noch muss ob man das jetzt nicht anders machen kann weil es schöner wäre natürlich auch für euch später dann teil entnahme von die setzlings paletten und nicht dass jetzt da wenn fünf salatköpfe fehlen und ihr wollt nachfüllen dass da 200er paletten weg ist das ist ja auch blöd ja also das ist ja schon irgendwie kann man sich anders lösen aber deswegen ist es doch noch im testen ganz genau so jetzt muss ich mir bloß schnell die kiste na geht doch ja also bitte so jetzt brauchen wir bloß noch ein paar tomaten ja gleiches prinzip kein unterschied auch hier einfach einlaufen ihr seht schon mit tasse erbe füllung starten audi sehr schwer jetzt geht gerade so ja das wie kevin schon gesagt hat das passt an die natürlich auch nur an also die bleiben nicht so wahnsinnig schwer ja hier vorne hat man auch so einen regenwasser tank der auch von anfang an das ist nicht da dass er mich platziert damit ich mich zum komposter zwischen schlagen konnte also wenn ihr das wollt müsst ihr auch selber platzieren da aber der tank da ist der tank ist da also wir haben zwei beim hof eine ist beim kuhstall oben und eine beim hühner und entenstall den haben wir euch ja zeigt ja genau ach so beifahrerskript fällt mir jetzt gerade so ein jawohl ja ist natürlich auch die fahrzeuge sind jetzt auch schon beifahrerskript ja hier hat der andy was sehr hübsches eingebaut und zwar wenn wir jetzt die taste n drücken ja ich weiß aber nicht ob das genau so bleibt ich glaube das ist ja noch anpassen müssen wir gucken aber so wie es jetzt ist finde ich sehr lustig weil man hat hier die naja also ich sage jetzt mal die beine in so einer semi bequemen pose weil irgendwie ist doch ab hüfte ja das ist ein starker knick drin ja nichts für angenehm aus ist nichts für ältere da droht oberschenkelhalsbruch ja deswegen lasse ich das gleich wieder aus ja haben wir hier einmal bei dem sprinter aus beim ford transit und dann einmal beim gator ja genau wie sag ich immer sprinter zu dem ja ist ja eigentlich gar kein sprinter aber ist ja wurscht ihr wisst ja was gemeint ist ja ansonsten fortsprinter klingt doch auch gut ja ich denke das soll es eigentlich so im großen und ganzen gewesen sein ihr wisst die ausführlichen tests und so ins detail gehen wir in die livestreams da haben wir einfach die zeit dafür so wird es die videos einfach nur unnötig in die länge ziehen jetzt habt ihr zumindest mal grob die sachen gesehen die neue dazugekommen sind und ja was natürlich auch zeit kostet ansonsten wie gesagt ja den obstverkauf also um dass sie verkaufen können an der tankstelle ja das und das haben wir ganz vergessen es ist verkauf vom gemüse vor lauter ja sehr gut dass jetzt da noch dran dacht hast und zwar die kisten die vollen obstkisten können wir verkaufen entweder beim gasthaus da halt einfach die kisten in den verkaufsträger rein oder beim hofladen oder da haben wir was neues bekommen jawohl und zwar müssen wir dafür zur tankstelle jawohl warte ich komme da gleich mit dem transit hin weil sonst ist die dame nicht da ach wegen der animation da ja das ist das müssen wir jetzt bis die geduld haben aber ich bin ja gleich da katerin erzählt auch da war eine schöne geschichte ja es war einmal eine kleine paprika ein kleiner salatkopf und eine kleine matschige tomate und die paprika und der salatkopf ja ich kann euch jetzt schon mal das zelt hier zeigen also es ist auf jeden fall ein kleiner zusätzlicher verkaufsstand eben für das gemüse ihr seht ja das liegt alles schon in der auslage nicht erschrecken dieses kleine zeltchen hier also diese pavillon ist nicht immer da ich meine der erscheint so ab 9 uhr müsste es sein ist natürlich ja wie gesagt nicht rund um die uhr da klar die dame da drin muss ja irgendwann mal feierabend habe ja ob das komme aber vielleicht müsste man den halt doch ein bisserl strategisch günstiger also wenn ich jetzt überlege ich bin ein auto ja so wollen es war ich hier und dann gehe ich rein zum zahlen geld wenn ich jetzt da guck und denke mir so mensch so wenn gemüse sollte ich mitnehmen das ist fein schon fetzen geld aus hinlaufen ich meine man ist ja schon wenn ich bequem so vor allem ich im alter naja ist man kann nicht mit dem martin aber das stinkt man ja alles voll naja egal so also jetzt schnappen wir uns mal hier gerade die salat köpfe wegen denen das sollte die kiste leer werden aber nicht verschwinden ja so ist die leer jawohl die seite ist das heißt wie viel stück das man abgeräumt hat 15 stück genau das ist nicht dass sie da jetzt 15 euro bekommt ihr bekommt schon mehr also das habe ich mir am anfang auch gedacht aber um das menu aufmacht und ne ne also abgerechnet wird dann später da wird jetzt erst mal zusammenzählt was man hier so was man hier bringt bohnstädt ist schon bisheriger verdienst weil wir schon im stream das getest haben das geschätzt schon 310 euro aber so jetzt sind wir bei 30 stück weil wir ja 30 salat köpfe jetzt angeliefert haben genau umso mehr anliefert umso mehr kohle bekommt ihr jetzt genau also ich meine die dame hatte noch eine animation die hat doch noch irgendwas gemacht oder setzt die sich nicht hin jetzt ja wer die macht irgendwas ja das ist mir ich weiß nicht dass das jetzt dauert also sie geht leider nicht zurück das ist einfach so abrupt ja gute frau nehmen sie plant ja ich will jetzt nicht mein gott wie schnell ist sie jetzt in den zesl gesprungen ja sie kann ja auch nicht sitzen ich meine wir könnten ja kunsthaft sein was ist wenn ich jetzt so drei was ich jetzt wenn ich jetzt drei paprika haben will ich weiß nicht so naja gut egal also ich habe auf jeden fall sehr wie das ganze funktioniert abgerechnet wird eben später hat der andy gesagt null uhr schlag mich tot ich meine ja ja müssen wir wie gesagt alles ausprobieren da seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen kommt einfach zu uns in die live streams und dann ja gucken uns das ganze zusammen an da könnt ihr dann auch sagen kannst du mir bitte noch mal den stand zeigen oder so da kann man auf das drauf eingehen wie gesagt alles andere wird das video noch noch länger in die länge ziehen das wollen wir ja auch nicht so jetzt haben wir es aber wirklich geschafft ja ihr lieben wir bedanken uns fürs zuschauen das soll es erst mal gewesen sein wenn es was neues gibt wir halten euch wie immer auf dem laufenden ansonsten würde ich sagen ja danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal danke fürs zu sehen